Äh, nach oben. Fuck, das hätte so gut enden können. Okay, okay, okay. Aber es ist machbar. Es ist eindeutig machbar. Boah, ey. Ich mach 5 Missiles, um ein solches Ding zu zerstören. Da sieht man, der Charge Beam ist echt eindeutig stärker. Okay, es ist Puckett. Okay, es ist Puckett. Bleibliothe Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Dann nochmal eins. So, solange ich einen Hyper Mode habe, ist das hier überhaupt keine Gefahr. Solange ich die 10 Sekunden nicht... Was eigentlich auch eine Option wäre, ist, dass ich es so mache und dann in den Hyper Mode gehe. Wobei, das ist eigentlich völlig idiotisch. Die Musik ist cool. So... So... Ich habe mich jetzt fast erwischt. Komm nach, komm nach, komm. So... So... Okay, okay, okay. So, ich bin voll. Ah, shit! Jetzt war doch zu schnell. So, ich bin voll. So... So. 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 Oh, fuck. Sir. Okay. Shit. You're going to. Ich schaffe sogar den Hintern zuerst. Ich schaffe den Hintern. Da hinten hat sich mutig regeneriert. Ich kann nicht mehr. Alter, lach nicht jetzt auf. Okay, zeig das Ding. Oh, das ist voll assig gewesen jetzt. Fuck, wenn ich es jetzt mache. Wenn ich jetzt Hypermode machen würde, dann hätte ich nur noch 32. Und das ist eben das, was mir vorhin passiert ist. Ich muss dafür sorgen, dass ich Full Health bin, wenn ich das mache. Da muss ich auch die Hände verschießen. Richtig da. Fuck. 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 Ich sammle das nicht ein. Fuck. Okay, wenn ich es jetzt schaffe... Weil Health gibt ihm ja schon einiges. Ah, solange das hier läuft, zeigt er sich nicht. Okay, jetzt habe ich mich. Oh shit, das war jetzt fucking dämlich für mich. Oh shit, ich weiß nicht. Oh shit. Ja, was sagst du jetzt, ne? Kann mich auch schützen wie du. Da waren es nur noch drei. Ja, nur noch einer. Und ich habe einen Hypermode zur Verfügung. Das macht es perfekt. Ui. Oh, Foscherbein. Warte, die Kamera! So, ich habe Full Health und muss nur noch den Rücken erwischen. Wie mache ich das jetzt? Also kann ich es nur so machen. Weil hinter ein Springen geht das? Okay. Okay, okay. Oh fuck. Oh, drei Mal. Nein, der soll gefälligst chargen, sonst kann ich nicht hinter ihm. Hier bin ich. Okay, wie mache ich das jetzt? Also. Äh. Scheisse. Warte, ich habe ihn noch. Nein. Mist, das kann ich eh nicht aufhalten. Warte, ich habe ihn noch. Ja. Ja, komm. So, gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Ich muss nur noch einmal auf mich chargen und dann habe ich ihn. Genau, gib mir noch Health. Noch ein bisschen mehr Health erwartet ehrlich gesagt. Was? Was? Dammit. Ehh. Lach dir nur. Oh, shit. 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 Und so wird der erste Kern zerstört. Brio is now saved from further Phazon corruption. Thank you, Samus. Your next objective will be Elysia. Though Gore is stationed there, the Leviathan's Phazon contamination is still spreading. The impact for it is hidden deep within the storm clouds of this planet. You will not be able to reach its location. Instead, you may land near an automated research facility floating high above the surface, where GF Aurora Unit 217 is stationed. Unit 217 has been infected by the corruption virus, and is currently offline. I have uploaded a program to your suit that will purge any traces of corruption in the AU, and restore its functionality. Once Unit 217 has been restored, it will help us find a way to destroy the Leviathan. We are concerned about Gore ever since he lost contact with us. We hope he is safe. Good luck, Samus. Thank you. So, let me check on how it looks. With the statistics. The opponent killed 388. Oh, already 10.000. The damage is already 22 tanks. The data protection is 20 times. The hypermodus is already 99 times. Yeah, now I spam the shit. So, my health. Oh, fuck. Nicht das schon wieder. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. From 10 to 25! Iuiuiui... trying to go Dann next halt Elysia. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR